Hallo und sehr ganz herzlich willkommen zum schwarzen Bildschirmsimulator Ne, seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Cesteria Hier sind es letztendlich hier wieder in den Ruin angekommen Ja, ich meine, ich habe es schon schon gemacht Hm, sind Sie sicher, dass es okay ist? Ich liebe es, dass es hart ist, aber diese Kinder waren ein Krim. Ja, das bedeutet, in diesem Fall in diesem Fall, die Mercenaries verabschieden die Gruppe von Thiebinnen, die ihnen all diese Probleme verabschieden haben Aber, ich meine, die Kinder waren einfach versuchen, zu überleben Sie wussten, dass sie eine schlechte Sache gemacht haben und sie versuchen, zu verabschieden von diesem schrecklichen Cycle zu verabschieden Jemand hat das vorhanden und sie verabschiedet. Was die Kinder gemacht haben, war falsch Aber auch so, der, der sie verabschiedet hat, war so falsch Vielleicht, aber... sorry... Ich weiß nicht die richtige Antwort auf das Ich bin nicht auf dich Sorry, wenn ich dich so fühle, Und es ist nicht, wie es nur ihre Probleme ist Huh? Just don't worry about it, seriously I'll totally do the detective work If it's a hellion thing, it's all you Alright Let's find out who's behind it all first You got it Oh yeah, almost forgot I should ask Agil to look after these kids Verstreute Knochenmaske erhalten und ihr Titel wurde hochgestuft Ähm Okay, ein ganzer Trupp arbeitet daran Okay Dann können wir ja hier wieder raus, wenn wir den Weg nach draußen gehen I've prepared the bottles Uh... Wie sollen wir reisen Wenn du dich von den mächtigen Domänen fernhältst, hoffe ich... Du erinnerst, während du dich von den mächtigeren Domänen fernhältst, hoffe ich... Du erinnerst dich doch an die Orte der Schreiner der Prüfung, oder? Wenn du sie je vergisst, solltest du die Wandmalerei in unserem alten Unterschlupf noch einmal sehen, verstanden? Wie viele Geilteichen Hm... Ich glaube, ich werde nochmal zu der Wandmalerei reisen müssen Äh... Herrscher des Landes, hier Ähm... Okay, dahin kann ich immer noch nicht zurück Der, wenn es der Spaß links auf der Karte ist, ist noch nicht großartig aufgeführt Wobei... Wobei... Ja... Reisen wir nochmal zum Wandgemälde Gibt es 4x Markierungen Nördlicher Teil der Seehafenhöhe im Osten Da komme ich aber nicht hin In Alfreds Jagdrevier Im Felszeichenhoch Weiter in der Mitte des Kontinents Westungsschlucht im Westen Also da unten ist Feuer Da waren wir ja schon Und dann sozusagen einmal links rum ist, schätze mal Erde Hm... Da ist Pendrago und da müssen wir einmal links rum Also ist Pendrago tatsächlich Der beste Schnellreiseort zum Loslegen So, mein Kaffee nicht vergessen Wir finden schön, wie ich random Wind schreiten kriege So, ich nehme es mal dann links rum und da drüben runter Und dieser Weg wird mit sehr vielen Kämpfen verbunden sein Gut, teilweise steuere ich auch wirklich absichtlich auf die Kämpfe zu Aber wir dürfen ja... Achso, äh... Objekte... Ah ne, kann ich nicht im Komp einsetzen Achso, äh... Objekte... Ah ne, kann ich nicht im Komp einsetzen Ich wollte noch so einen Finstertrunk Äh... Objekte... Um ein bisschen mehr zu kämpfen Um ein bisschen mehr geil zu generieren Bis zum nächsten Mal Fokus, Leute Your word shall make you vulnerable Two scars Turn spricht again No! No escape Not yet Site All right Let's keep it up Sword ray Here is my chance Be gone, hang on, everyone Heal my hands Back off Glimmer Dragon Ich muss erst mal in Zestiria Let's Play reinschauen, weil ich äh, ich krieg beim Campen hier echt nichts des Redens, ne? Ich muss mal gucken, wie andere Leute das machen. So, wir haben hier vier Orphan auf dem Plan. Oh, Schöner hier. Just like always, nowhere to go. Oh. Und da kommen die Orgborn. So, da kommen wir in so eine kleine Ecke rein. Ah, das wollen wir auch gleich machen. Ja, ich habe mir mal wieder aufgeschrieben, die Folgen ich von was brauche. Tales of Zestiria muss ich ganz dringend drei Folgen aufnehmen. Dann bin ich da auch wieder halbwegs versorgt. Ah, nein, scheiße. Ich wollte doch mein mystisches Art einsetzen. Schade. Ich bin hier auf dem Acker latschen. Schade. Ich habe es gesehen, dass du da nicht rauf kannst. Trotzdem, ich wollte es versuchen. Ach, kack, hier komme ich nicht hier durch, oder? Wobei, doch vielleicht mit Edna's Hammerschlag. Stupid is as stupid does, they think. Ich bin hier auf dem Acker. Es ist Zeit! hier geht es leicht lang warum kann ich denn das zertrümmern wenn es eh nichts bringt guck mal eine kampfenfunktion die ich in die nutzen werde elemente und werte wenn du mehrmals werterhöhungs und wertsenkungseffekte auslöst werden sich die effekte nicht völlig vermischen aber sie werden sich verbessern nutze alle arten von arts zusammen um neue effekte auszulösen und die stärke zu finden die du für den kampf gegen die härtesten gegner brauchst die gehen echt davon aus dass man sich dass man voll den durchblick durch das kampfsystem hat und alles was man tut also das ist wie mit pokémon es gibt bestimmt die ein oder anderen freaks die sich vollständig damit auseinandersetzen ähm ich kenne auch so ne leute die hier voll bei pokémon drin sind und hier das wesen und hier die typen und so weiter und so fort hier das muss gesteigert werden uns weiter und ich so ja level 100 im polium großbritt weißt du das im pflanzen pokémon ist ja süß ich haben level 100 im polium ja komm wo sind hier meine kräuter eigentlich verteidigung art angriff und hier ein paar kräuter verteilen das ist es Was war das denn für ein Move? Und da vorne ist ein Speichelpunkt. Zune ich dich halt an. Friesen Strike! No escape! End of the line! Vanquen of Flames! Cranchetto Inferno! Crimson Edge! Time to learn some humility! Begone! Rendingale! Hang on everyone! Flame! Focusing Strike! We're going! We're going! No escape! There! A million rings! Five stars! Back off! We're going! Strike! Slice beware! We're going! Sehr schön. Wer von uns hat eigentlich Eis? Ist das hier Lila? Ne, wie heißt sie? Äh... Wie heißt sie denn gleich? Rose? Die hier mit Eis castet oder wer? Ach, Eifrids Jakt Revier! Okay, da unten ist dann ein Eingang und da oben ist noch ein Eingang. Schätz mal das da vor uns ist Eifrids? Ne, du bist ein Händler. Achtung! Achtung! Und du bist ein Händler! Ich kaufe einfach mal alles. Sprechen. Ich hörte von einem Händler namens Jet Schwarzfeder in der Gegend. Einige wollen ihn wegen des Verstoßes gegen Markengerecht einlocken. Ein Zeichen unseres Erfolgs. Und jetzt heißt es einmal mehr... Ausrüstung ergucken. Okay. Hm, die Verteidigung ist deutlich höher, aber dafür ist mein Angriff deutlich schwächer. Aber insgesamt ist die wahrscheinlich besser. Oha. Ja, das ist deutlich besser. Dafür ist die deutlich schwächer. Hm, nein. Fiegt sich auch nicht auf. Okay, da ist ihre Verteidigung höher, aber ihr Angriff deutlich schwächer. Auch bei ihr rechnet sich das leider nicht. Dafür rechnet sich das hier schon eher. Hm, aber Federtritt rechnet sich da nicht. Ui. Ja, nehmen wir das. Keine Frage. Okay, da gehen wir 10 runter und da gehen wir hoch. Okay, 100 Angriff runter, aber dafür da unten deutlich hoch. Denke ich noch mal drüber nach. Ne, das schwächt ihn zu sehr. Das Fälschbad hier dem, das sieht gut aus. Ja, das nehmen wir. Und das ist dann keine Frage. 30 da runter, 10 da hoch, 20 da hoch. Oh, okay. Okay. Dann gehen wir nochmal auf Verschmelzen. Hier dein Fälschbar-Panel. Das hat Mint, Attack und Gillium. Bei dem anderen kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Poison im Irak, Poison im Irak, Jo, Mira. Geyser und Drangos, Geyser und Drangos, passt auch. Ferris und Feather, Ferris und Geyser. Hier kann ich nichts. Spirit, Tempest, Geyser. Plessure und Relief. Plesser, Rune und Flame. Plesser, Rune und Flame. Hört sich gut an. Dann schmeiße ich die auch nochmal zusammen. Ja, schade. Wird trotzdem nicht besser. Aber ich behalte mein Zeug erstmal so beisammen und bedanke mich dann mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und tschau tschau. Bis dann wird es einfach mal wieder. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020